Die E.ON Zerstören Sie sie, bevor sie abheben kann. Sie darf Black Sun nicht erreichen. Ob's Ende... Die Cybrons haben sich entschlossen, ins Kampfgetümmel einzugreifen. Das ist egal. Eure Art wird schon bald zerstört sein. Verdammt! Ich kann keine weiteren Schwierigkeiten gebrauchen. Die E.O. Die E.O. Die E.O. Die E.O. Die E.O. Commander, wir haben das Kommunikationssystem der UEF angezapft. Black Sun ist noch nicht fertiggestellt, aber kurz davor. Ich halte Sie über die Fortschritte auf dem Laufenden. Die E.O. Das war's. 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 Das war's.